Guten Tag, Guten Tag, Maus mal mein Name. Jetzt geht es mal mit dem Blick zu den Ortern. Sehr gut. Hier ist es sehr gut zu sehen, oder? Ich nenne es ausgedürrt. Also fast ausgedürrt, oder? Es gibt noch andere Bilder. Das ist doch mein Einstich und kein Mückenstich. Kann das jemand erkennen? Turmbarm ist tot. Hier brauchen wir auch noch was die Tage. Turmbarm hier unten rechts. Da kann ich jetzt schon rechts sein. Da sieht man ja noch. Oder? Turmbarm ist tot. Da kam ich aus der Klinik. In der Klinik ist es nicht passiert, weil wir eine Woche davor ein Bullop nehmen. Oder irgendwas, oder? Aber bisher. Und da war gut das auch zu sehen. Hier ist es sehr gut zu erkennen. Wir kennen das ausgedürrt. Turmbarm ist tot. Ja, höhöhö. Hätte ich mir gar kein Fotoapparant extra kaufen müssen, oder? Turmbarm ist tot. Aber es gibt noch andere Videos. Turmbarm ist tot. Oh Gott. Dummbarm ist tot. Wo diese Sache. hier so ist ich meine es werden steroide sein oder habe ich war ja die erste vermutung bei den rekord auf einmal war da bei liegestützen habe ich einen gedanken gehabt und ihr stützen gemacht habe ich gar nicht mitgezählt und da fiel mir auf der gedanke war es relativ lang und ich habe die geschützt immer noch gemacht ich kann mir aber sich der wirklich mal länger gedanken sollte dann muss es nach gewinnen einbildungshaft oder was ich habe nicht mitgezählt wie gesagt habe ich noch 13 habe ich gemacht und geschafft und dann schau ich mir auf den armen ist da wohl den einstieg seht der kann ich heute ist also es kann wenn ihr dann links rüber geht über die erste ader über bis zu anderen da seht ihr hier einen zwischenplatz und diesen beiden also sagen wir so ein 2 zentimeter also jeden einen zentimeter war ein einstich richtig schön zu sehen das war auch also ein mückenstich war das aber wenn ihr eine antwort habt ja ich werde noch mal wieder aufhauen und dann wurde es gegebenenfalls anders als im seh normal sind schon videos drauf und wenn ihr wisst was das hier ist mutter male wird mir gesagt und ja werbung für den resierer das ist ja auch ein bisschen was die vier meter einspritzen gesagt ich mache kein training seit monaten wegen den schmerzen ich habe vier monate davor gemacht haben also auch plötzlich gestützt und da ich was muss tauschen haben aber schon gesehen haben ja spastik und das klerose aber ist die sücht oben ist eine funk uhr bei vier minuten und vier haben auf kennt ihr das gekauft eine funk uhr es ist keine aber ich habe noch andere da unten der geht die uhr falsch in drei minuten ist es bei funk uhr ab und zu normal oder ich weiß es nicht Danke Danke Ciao 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 Ciao